ein herzliches willkommen zu einem neuen video ja heute im programm ein gallery update die transfer deadline ist zu ende im august habe ich fleißig eingekauft und auch wieder verkauft und ansonsten am ende des videos gibt es noch die verlosung der karte da nicht im jenen goalkeeper jeder der mitgemacht hat bei dem video und hier beim 500 abo special dort fleißig kommentiert hat und abonnent des kanals ist dabei bei der verlosung am ende des videos könnt ihr nachsehen ob ihr unter den gewinnern seid legen wir direkt los wir haben aufgehört bei shusaku nishikawa für einen monat den ich mir geholt habe der hat mir fleißig reward schon gebracht ein absoluter premium keeper werde noch nicht hat ist halt das problem halt vom alter ist jetzt auch schon 36 37 bald aber die scores haben ja doch einige gute ergebnisse eingebracht den saint claire der wollte ich schon länger länger haben minnesota ist halt so das schwächere team aber die haben jetzt einen transfer gemacht wo man auch an den ergebnissen sieht dass so ein stabilisator mittelfeld ähnlich wie buskett bei miami schon gold wert ist natürlich messi ist noch mal eine hausnummer höher dann noch obendrauf wenn man dann stürmer hat minnesot hat sich ja nur team geholt aber die letzten fünf spiele davon vier siege das ist schon relativ stark außerdem ist er wahrscheinlich nationalkeeper von kanada würde ich mal so tippen bis 2026 ich denke mal vor jahren wird es nicht mehr sein und ansonsten sehe ich da keine großen konkurrenten ansonsten rennig krediere habe ich mir geholt der war jetzt verletzt bei union in berlin sollte nach den länderspielen zurückkehren habe ich mir auch als rare karte geholt ansonsten viele low budget karten ein bisschen was spekulatives wie christopher ayer der hätte eigentlich zu prügge wechseln sollen dann wäre der preis irgendwo zwischen 12 15 16 euro wahrscheinlich eskaliert wenn so ist es dabei geblieben ist halt in der premier league aber ist trotzdem guter spieler und mal geduldig sein marien pongracic günstig geholt um titi ist ja von lecce weggegangen somit habe ich jetzt serie a karten da hoffe ich auch dass ich die ein oder andere karte im laufe der saison verkaufen kann kota watanabe haben wir schon videos erwähnt auf jeden fall sehr sehr nützlich als threshold spieler ein mister 100 prozent spielt so gut wie jedes spiel andere ich verletzt gewesen habe ich noch versucht um günstig nachzukaufen nur mal ein abwarten was bei leverkusen sein wird werden doch ein bisschen was rotieren ich denke nicht dass chaka und palazios alle spiele durchmachen werden aus dem tap ja für die länderspiele peru so ein bisschen spekulieren dass er entwerfen zelt der video wechselt wie gesagt viele karten sind spekulation gewesen auf irgendein transfer und einige karten für die mit weeks von der mls doch dass die preise dann noch ein bisschen getroppt sind habe ich danach gekauft wobei hier jetzt in der länderspielpause die jetzt läuft bzw wenn ihr das video sieht abgelaufen ist da waren die preise noch mal dicken günstiger aber kore bird als stürmer für 2 euro ist meiner meinung relativ okay allgemeiner fokus auf viele teuter und stürmer karten auch hier elias manuel für nur great bulls ein bisschen experimentiert und hier ist ein massentransfer chemischen keller herr sah mir karl walker und klassen war da im paket drin und wissen geld gegen kamila wargas im nachhinein bei sich mehr so ein bisschen in die hände da ich den deal vom preislichen her als sehr gut empfunden hatte aber im nachhinein kamila war das wenn ich daran gedacht hätte an die länderspieler dass er für kolumbien ja spielt hätte ich den ja niemals verkauft soll ich so ein bisserl verpennt hätte ich länger überlegen können und ich war so fixiert auf keller her bei den news hat es geheißen dass er liverpool verlassen will verleihen etc weil er für irland zur europameisterschaft als nummer eins will und ja dann habe ich so ein bisschen gekucht vielleicht elison becker tatsächlich nach saudi arabien da hätte ich ein bisschen konservativer reagieren müssen einfach ablehnen im nachhinein ja mal gucken ansonsten sah mir sicherlich nicht verkehrt kyle walker hat auch relativ gute scores gebracht kann man immer dann mal einsetzen wenn man ihn nicht verkaufen kann hier auch jetzt letztens die 81 mit dem tor gegen ukraine ist jetzt kein schlechter aber gut ist auf dem hier habe ich mich so ein bisschen eingedeckt immer der karte nachgekauft und er geht ja zu basel danach wäre es noch nicht gesehen hat low budget karten für wer da werden die ganzen rodolfo pizarro's juta taki thematisiert deswegen gehen wir hier nicht näher darauf ein ansonsten auch hier low budget karten eben war hanko jovic scheint stammspieler zu sein und den neuen trainer beim las die europa cup spielen und dementsprechend für 68 cent konnte ich da schwer nein sagen ein paar stürmer karten von montreal der mir ihren topstürmer verloren da muss man gucken wer den platz übernimmt binnen euro alle drei karten jeweils irgendeiner könnte nächstes so nach oben gehen wollen vom alter her sind alle unter 23 24 jahre alt danach was haben wir sonst noch alex wie groß noch interessantes talent irgendwie bei roter stern belgert geparkt dann mag bierigitti den hatte ich für einen euro geholt der ist bei dann die united die wollen die unbedingt loswerden der deal mit hibernian fc hat nicht irgendwie hingehauen der hätte dorthin wechseln sondern dass ja marshall schon 38 das wäre natürlich optimal gewesen deswegen läuft da gerade noch so der verkauf da hatte ich spekuliert dass ich vielleicht sogar zehn euro knapp zehn euro für die karte krieg da habe ich den peak nicht erwischt genauso hängt hier nicht da war das geruch dass arnaud bodard den verein vielleicht richtung premier league verlässt der ist dann auch geblieben somit bin ich auf dem hänking netz sitzen geblieben aber ja da muss man geduldig sein und der nächste teute als andere hansen der wird nächste saison 2024 bei ott bk spielen in norwegen der wird rosenburg verlassen da habe ich auch noch den ersatzkeeper tanken weg der zusätzlich sein platz einnehmen ein bisschen was mit torhütern hier gedealt also für 9 euro kass beim torhüter nicht viel falsch man genauso wie hier für vier euro in den koreanischen torhüter jan jomo von den samsung blue wings sie müssen nur einfach die liga halten danach habe ich auch nächste saison wieder ein torhüter also wie gesagt vier euro das ist schon ein schnäppchen vor allem ideal für den cap 220 42 oder für den academy mode den immer wieder mal reinzuschmeißen dann giro zarfino da habe ich mir noch ein bisschen was dabei gedacht ist im kapitän mannschaftsrat wie man das auch immer nennen kann also ein führungsspieler dementsprechend wenn der wieder von der verletzung zurückkehrt könnte er wieder einsätze kriegen muss halt geduldig sein zweite liga spanien immer wieder interessant die spielen auch unter der woche oft wenn länderspieler sind dementsprechend kann man da gute deals machen nur geduldig sein nach auch hier wieder ein paar low budget karten nikolaus höfler zum beispiel habe ich mir auch als rkartier weiter oben geholt genauso hier aber nicht überzeugt dass er für freiburg weiterhin gesetzt sein wird hat er die rotsperre am ersten spielte gehabt und spielt ganz normal weiter und wenn europa cup ist wieder auch seine einsätze kriegen ansonsten viele karten auch für die europa quali jonas wins zum beispiel noch oben zum beispiel simon kehr martin bradwick war alles ein teil eines planes wer das video noch nicht gesehen hat rechts oben angucken wie man sich einen plan schmiede und dann halt gewinnen macht die eine karte habe ich dann verkauft die andere dann gespielt eben kehr jonas wind haben wir so ein bisschen in die karten gespielt dass jonas sind auch zum beispiel für wolfsburg gut performt hat der besprechen habe ich die ganz ganz leicht für 30 euro verkaufen können die andere karte werde ich spielen es werden noch ein paar länderspiele kommen oktober november steht noch ein programm an dementsprechend da ist jetzt nichts verhaut christian lowritsch auch ein starker stürmer mit guten all rounds koste ich zwei karten gekauft eine habe ich dann gleich für 10 12 euro verkauft und bin ich jetzt quasi ja spiele ich die for free in der mls habe ich auch noch ein bisschen für die midweeks geplant kann aber einiges in die hosengang eigentlich nur bis auf ebubisse und die go vergrund das ist dann nicht wirklich viel gelaufen sind es hat eine gelb-rote karte kassiert dante van seo ist sowieso ein drama was denn bei new york läuft hat gar nichts und caligari hatte jetzt zuletzt er das ausgefallen aus unbestimmten gründen man weiß nicht was er genau hat ist als u23 karte eingeplant gewesen da muss ich so ein bisschen ja umjustieren hat sich im endeffekt dann gelohnt gab es sogar eine tier 3 karte und wer weiß was ich dann mit ihm gewonnen hätte aber in summe halt auch nicht so geplant gewesen hashioka auch für den euro dass sie zu einem nationalteam dabei gewesen auf jeden fall viel potenzial aber auch sitzen geblieben bin ich auf der karte timo puki habe ich in dieser game nicht verkaufen können in den länderspielen dementsprechend muss ich warten auf oktober bzw november gucken ob ich den da vielleicht loswerden von die zweite karte da ist so der plan nicht aufgegangen ich wollte ihn für 19 euro verkaufen habe ganz knapp den peak verpasst es gleich bei 17 18 euro hängen geblieben hat natürlich in kasachstan nichts getroffen dann kommt ja dieses did not play weil er in der mls nicht spielt dementsprechend rasselt so ein bisschen der preis runter ihr seht hier selbst die 15 euro habe ich nicht mehr getroffen dann auch hier wieder mls karten jonathan bond toyota um 11 euro absolut gesetzt bei galaxy auch ganz gut gegangen den habe ich mir als der karte noch geholt wenn wir gleich sehen corey berg ich glaube 45 euro dann einen kapaldo weil die preise bei red bull salzburg sieht von den spielern die aktuell im einsatz sind da geht einiges noch mit luft nach oben der spreche habe ich mir auch noch eine karte wurde ja fast schon routinier das ist jetzt schon 25 das ist schon einer der erfahrensten spieler vom alter her also auf den setze ich ziemlich viel ich hoffe dass halt wieder längerfristig fit sein wird osiel herrera bei tico ist verletzt da hoffe ich auch dass der bald wieder fit wird nicola moro der wird stammspieler sein bei bologna im kroatischen nationalteam da wird es meiner meinung eng werden da ist das mittelfeld zu sehr eingespielt christian eriksen da bin ich ganz ganz froh schade dass ich nicht zwei karten gewischt habe aber da sind einige deals nicht aufgegangen entsprechend habe ich nur eine karte abgekriegt der preis ist schon auf 20 euro hochgeschossen hat er seine 100 gehabt gegen san marino zwei spiele auch in der premier league dementsprechend hoffe ich dass ich den in den nächsten wochen vielleicht verkaufen kann da ich nicht denke dass er bei der großen konkurrenz bei manchester united dauernd alle spiele machen wird ich denke dass er hin und wieder mal rotiert wird und er fällt ja wieder der preis sibasaki der ist nach japan gewechselt für einen euro mitgenommen so geht es auch nichts falsch war 184 junger franzose hannes wolf genauso da bin ich so ein bisschen jetzt umgeschwenkt und gucke mir doch auf junge spieler mit potenzial der so ein bisschen ungewollt ungeliebt sind im verein ross mccrory auch viel potenzial alles low budget karten im unter zwei euro bereich und auch hier einige karten auf spekulation ohne habe ich mir zwei karten geholt der ist jetzt in nach soli haben gewechselt ich habe mir allgemein viele karten geholt die aus katar sollte haben sind hier auch die rotte rube neves vorsorglich die mit einem blauen x und halt vom alter noch mit potenzial dass die eventuell nach europa zurückkehren können oder nach brasilien girotto zum beispiel warum nicht und bono ist auch relativ gut im preis gestiegen da erhoffe ich mir schon mal gucken 20 25 euro vielleicht dass ich den verkaufe und somit spiele ich die zweite karte für free man weiß ja nie kehrt er vielleicht wieder nach europa zurück in ein zwei jahren irgendwo nach spanien dementsprechend auch ganz ganz gut und hier auch die restlichen karten noch hier mit sainsbury dann luka prip stürmer karte bei 12 euro da hatte ich eben über twitter herausgefunden dass der nach türkei wechseln wird feindlich schon relativ lange fix bis es halt komplett am ende durch war entsprechend günstig eingesammelt jetzt muss halt nur noch richtig spielen und performen dass man dann gute preise erzielen kann so eine stürmer karte kann schon mal gut auf 10 euro gehen und vor allem die tk spielt im winter durch das ist so meine idee damit geduldig sein und ja abwarten dass er dann im dezember seine partien kriegt und uns noch einige deals die nicht so hingehauen haben war günstige karten nicht gekauft ob hier wieder ein paar karten aus der arabischen welt eben d'abur alcazar lazaro habe ich mir günstig noch geholt der ist jetzt fix torino gewechselt da muss man auch warten dass er dann auch sie spielt sead janko der saidi janko das bei young boys bern gelandet für 30 euro kann sich sagen das spiel auch europa cup somit hat man den unter der woche auch eine karte und auch sehr sehr gut im scoren und liefert auch sehr sehr gute punkte die alle habe ich mir geholt von lusten auf den gleichen ticken zu teuer zwei euro jetzt glaube ich jetzt auch wieder nicht liegt noch immer bei zwei euro ein riesentalent von clermont an lusten ausgeliehen ist so eine art band von sturm kratzer sehr sehr schneller spieler der wird auch seinen weg gehen ziel inski da habe ich auch zwei karten gehabt eine verkauft länderspiele und ist ja auch bei napoli geblieben preislich ist er auch jetzt irgendwie bei 25 30 euro noch im dreh und jetzt bei 23 sollte aber bei napoli auch gesetzt sein wir sprechen auch gut luca pripp noch eine karte und las welt weg da habe ich jetzt auch noch eine karte mir geholt er hat 15 spieler sperre bei fc sowon entweder sitzt die ausmacht sich ein schönes leben oder wechsel hat wirklich in die türkei das war so die idee jetzt mal gucken was da passiert für 25 euro also der kann schon einiges egal ob er jetzt dort bleibt oder in die türkei wechselt also tor riecher dann habe auf jeden fall wenn man sich die scores ansieht muss halt geduldig sein preislich glaube tiefer wird sich nicht mehr gehen dann wie immer hier wieder ein paar spekulationen habe ich ja in dem video erwähnt warum ich hier mehr low budget karten holt da wird das alles thematisiert er schon habe ich mir geholt eben aufs gerücht dass in die türkei wechselt das ist dann passiert zusammen sonst wo mir auch noch eine karte dann geholt die hoffnung stirbt zuletzt habe ich jetzt insgesamt zwei karten es hat einmal einen score punkt gemacht gegen kanada vielleicht kommt er langsam wieder in die pötte ist ja eigentlich absolut gesetzt und ja eine vereins ikone bei real societat im prinzip die mata auch ein gerücht dass in die türkei wechselt das hat auch geklappt samaziko ist geblieben mal gucken ich finde ist ein sehr starker spieler vielleicht passiert da noch irgendwas in die richtung dann haben wir noch julio futsch für einen euro bis in die karten verbilligt ein paar karten aus saudi arabien hier drinnen grad auf diesen asia champions league bewerb da hoffe ich so ein bisschen was gehen könnte gerade die mit dem blauen x wenn die so ein bisschen günstiger sind und auch jüngere karten zum beispiel auch hier kim minchok wenn er jetzt nach südkohr wieder zurück hier kannst du wieder spielen auch bank jung oder wie der heißt er hat immerhin bei ul san jungen der stamm spieler gespielt und ja hier noch ein paar karten jetzt zu bekommen sind nächsten dem medina hat nicht geordnet aber das gerucht dass er zu erter bis hier wechselt hätte sie natürlich angeboten dann aber ich habe mir johnson bond geholt ich habe eine rea keeper noch unbedingt gebraucht und die mls rea keeper sind relativ günstig hat die die keine chancen mehr haben auf die play-offs und der hat ja noch ein jahr vertrag und da ist halt der vorteil dass er eben amerikanische doppelstaatsbürger ist und halt nicht viel kostet vom gehalt her habe ich lange recherchiert wollte es sieben johnson zuerst nehmen der war noch ein ticken günstiger haben wir danach johnson bond ganz wenigstens jetzt noch spielen hat mir auf jeden fall gute dienste erwiesen habe ich noch christian jakic ersteigerte hoffen und dann war so ein kleines experiment als geist das büttrich eben zur augsburg wechsel habe ich dann komplett aufgekauft affengruber borkowitsch und geierhofer drei in verteidiger dadurch selbst wenn die jetzt einen neuen in verteidiger pflicht was die ja getan haben der braucht auch zeit dass der mal irgendwie mal stamm spieler wird ist ja nicht so von heute auf morgen dass man direkt in der starthilfe ist und die haben dann auch ein spieler geholt der meiner meinung hat kein großes potenzial hat ja da war die idee dass borkowitsch neben affengruber starten und geierhofer so ein bisschen der rotation spieler sein wird ja das mit wüttrich habt ihr mitgekriegt augsburg transfer ist geplatzt so sieht halt mal ein deal aus wenn er in die hose geht ist trotz noch junge spieler tag ist nichts verhaut dann muss man wieder geduldig sein dann habe ich so ein bisschen ins gesparte gegriffen und mein championship puzzle in der tengels kann und george long den ersatz keeper geholt damit ich ein holles line up habe wenn du mal wieder mit weg sind championship spieler 46 spiele viele spiele unter der woche da habe ich doch einige kartens einzig was gefehlt daran teuter und das habe ich jetzt nun komplett enges kann bin ich absolut zufrieden auch schottischer national keeper dementsprechend mehrere fliegen mit einer klatsche geschlagenen und wieder palo budget karten und dann hier auch noch er schon kare als karte dann habt ihr gesehen schon auf der vorigen seite michael martin und drei karten für 60 cent jeweils eingekauft hat er ist in die zweite deutsche bundesliga gewechselt da warte ich auf die ersten einsätze von ihm darauf ich auch ein paar kleinere gewinne nichts großartiges ding mal jetzt er wird jetzt nicht der übertrüber spieler werden aber mal gucken vielleicht geht was mit drei karten habe ich ein paar stufen wo ich den verkaufen kann theon die karte ist in die schweiz gewechselt direkt gespielt der wird anscheinend sehr sehr wichtig sein bei den grasshoppers zürich und das ist sowieso ein geiler transfer ihr schon ihre mutter hatte ich glaube ich irgendwann im sommer für 50 euro verkauft auch mit irgendwie 12 euro gekauft vor langer zeit war verletzt war jetzt für 16 euro nachgekauft ich hoffe mir da weiterhin gutes kurs bringen albian ajeti habe ich mir sehr günstig um die 30 euro auch er ist in die türkei gewechselt also bei den stürmern bin ich momentan positiver dinge so einen verkauf abbrechen ich denke da ist einiges mehr möglich vom preis her da ich gesehen habe was du die stürmer karten kosten und dann die halt performen muss man wieder ein bisschen geduldiger sein ansonsten ja da so wegen dem austria bundesliga special und kurs gewinnen konnte ich dann ein paar karten gekauft aber halt im unteren bereich und da auch nur verdacht dann wieder noch so ein dicker von dem überzeugt piatkowski verzockt vorhin eine karte die hatte nicht erwähnt für 18 euro jetzt verbilligt auf 10 ja hatten man ihm gesagt man plant mit ihm weiter man lässt ihn bei salzburg mal gucken wenn er performte da oder er wechselt vielleicht im winter wieder ist noch ein junger mann muss man ein bisschen geduldig sein xaver schlager für vier euro gerade für die länderspiele konnte auch nicht nein sagen wir tesca genauso zwei euro nationalspieler von polen hat auch direkt eingeschlagen nach seinem wechsel in die italienische liga die 73 gegen bologna torverbreitung da kann man sicherlich auch noch einiges gehen gerade für die serie auch wieder ein paar blaue karten für den europa cup günstige karten die halt bei teams spielen die in der conference league unterwegs sind auch hier millson zum beispiel die halt unter dem preis sind ja so jeder da habe ich schon ein kurzes video gemacht könnt ihr gerne mal reingucken verlinke ich euch rechts oben warum weswegen dann auch hier für die euro quali spiele millig zum beispiel genetis für litauen der hat mit direkten report mit eingebracht eine tier 3 karte guten score durch 63 oder was hat er rausgehauen wohl es relativ knifflige spiele waren dafür hat mir uronen den threshold versaut der hat gar nicht gespielt gegen kasachstan ja mal so mal so dann kalam o'hara da erwarte ich mir einiges auch ein championship spieler coventry city nummer zehn hat eine schwere verletzung gehabt sehr beliebt bei den fans und scores technisch bevor er halt sich verletzt hat war dass er schlecht sieht wie lange der ausgefallen ist das waren so seine scores bevor er ausgefallen ist kann man nicht meckern und für zwei euro sicherlich kein schlechtes invest für die zukunft denke ich mal dann so ein bisschen risky thomas lemar doch einige spielers von atletico gegangen einige verletzt denke dass der so ein bisschen einsatzzeit kriegt auch eben in der champions league das andere sind so ein bisschen rewards raffin ja auch zudem habe ich ein kurzes video gemacht rechts oben verlinkt warum weswegen ich ihn mir geholt habe emmanuel wo der ist jetzt in die championship nach england gegangen zu bermingham city ich habe jetzt nur mal eine karte so als verdacht genommen ich denke dass der riesenpotenzial hat selbst wenn dann kehrt er vielleicht nach österreich zurück aber ich denke der gute chancen dass er sich dort durchsetzt in italien was ein bisschen schwierig aber dann denke ich das pfaster in italiens für österreichische spiele immer schwierige der einzige eigentlich so der bisschen performt ist stefan posch bisschen an autovic natürlich wobei der halt auch immer der wehwehchen und verletzungen hat er besprechen mal da abwarten elgazi auch gehofft dass der wechsel von psw hatte ich auch einiges zerschlagen war nicht die ihre rarecard und cengiz binder die idee war dass ich meinen ikadi verkaufe und auf den umschwenke der selbst zu fenerbatsche gewechselt und aufgrund der legionärsregelung die da in der kreis erhoffe ich dass der zumindest in der liga absolut gesetzt ist einmal im europa cup da kann schon mal sein dass die den mal auf der bank lassen und im nationalteam scheint auch gesetzt zu sein hat auch direkten scorer gemacht denkt mal in summe ist es okay preislich kann man vielleicht noch warten wenn das bergab geht dass man vielleicht mal auch günstiger kriegt in summe auf jeden fall bin ich schon zufrieden dass ich ihn geholt habe dann haben wir noch ein paar günstige kartens kauf an themen ist auch ein bisschen dass sich was tut keinem styles ist nationalspieler von ungarn das jetzt in die dritte spielklasse englands gewechselt also in diese first league oder wie das heißt ist noch relativ jung ich habe 23 jahre alt kann auch immer wieder mal irgendwo zurück ich glaube dass sauer nur verliehen ist mal gucken vielleicht steigen die auch auf ich glaube barnes lee heißt das team müssen noch mal nachgucken dann timo werner die hoffnung steht zuletzt jetzt ist danni olmo verletzt vielleicht war das und den treffer den ich mir erhofft hatte dass er dann mehr spielzeit kriegt vielleicht trifft er mal wieder ein tor hat ja nicht was haben denn 25 spiele ohne tor mal abwarten aber ich habe nur eine karte versucht mal auch gerade wegen der champions league rotation genauso iglesias duelliert sich mit viljan jose denkt mal wenn die letzte saison so rotiert haben vielleicht diesmal wieder mal spielt der mal spielt der für drei euro eine stürmer karte da kann ich nicht nein sagen kota mit zu nummer da hat sich der konkurrent verletzt für 75 cent mit dem habe ich schon sehr sehr viele reports gewonnen vor in der anfangszeit vor zwei jahren wo ich mit so sehr angefangen habe da hat mir viele rewards gebracht jetzt schon 33 oder so aber in 75 cent gerade für solche mit weeks passt der ganz gut markau tix era genauso lange verletzte wenn der zurückkommt ist eigentlich ein monster ein in verteidiger monster da muss man also bis gucken marco kanal talent der von anderlecht zu kortrick verliehen ist ja vielleicht richtig sogar noch mal günstiger für auf jeden fall zwei karten von dem mann ein bisschen abwarten adam webster war in seinem team dabei wo ich dachte er schadet nicht weil ich bisher stamm spieler breiten wir haben die spiel auch europa cup kajoda hatte ich gehofft dass der in der türkei noch irgendwie ein deal zustande kriegt da hat es geheißen dass das eigentlich safe durch ist glaubt pendix oder wie die heißen da hingehen sollen kann nicht geklappt maxi kom ist komplett unterpreist der ist zu kam dies jetzt gegangen ich denke da könnte richtig stark performen ich will eventuell noch eine rare karte mir zu holen und gucken wie das preislich sich noch entwickelt team horn langsam wird es engfing interview gelesen die hoffnung vielleicht dass da dann noch irgendwo wechselt nizza wer jetzt ein klub gewesen wo er gut hingepasst hätte wahrscheinlich seine reputation ein bisschen zu niedrig für deren niveau ansonsten karten für die kommende gmo die laufende zum beispiel der moral für die u23 leuchten geholt an marcus loper steven mendoza schon lukas nishimura für die nächste gehen wo ich drei vier karten die so ein bisschen als ergänzung dienen und dann war es eigentlich schon die letzte karte immer noch geholt aber kim yin jon deuter da war jetzt im südkorealischen nationalteam dabei als einer der drei keeper also von klinsmann nominiert worden war lange zeit verletzt vorher das koste technisch oder die häufig clean sheets gemacht ich denke da wird sein platz irgendwann wieder kriegen ich halte sehr sehr kurios dass die dabei gerät so osaka eigentlich fast schon drei keep haben die relativ hochwertig sind auch so ein chemie zu hat seine einsätze gehabt aber den meins aktuelles jankan bin lustigerweise ebenfalls ein südkoreaner der hat sich auch jetzt nicht ganz doof angestellt da muss man so ein bisschen abwerten warten vielleicht wechselt er auch wieder nach südkorea einer von den beiden da dachte ich mir für vier euro ist denn natürlich falsch mal wenn der schon im nationalteam einberufen ist werden die den wahrscheinlich auch wieder brauchen in summe bin ich zufrieden auch wieder meine gallery erweitert einige trading gewinne gemacht lief alles in summe sehr zufrieden auch die gallery hat sich so ein bisschen erweitert einige stürmer karten mit potenzial auf dem stammplatz wie aieti cara die martha das schaut relativ gut aus auch edem eider wird stammstürmer sein jetzt bei norwich city nachdem sich sergeant verletzt hat da hat sich einiges bei mir optimiert bin ich relativ zufrieden und ihr seht ich habe jetzt 214 euro noch cash von den verkäufen da hoffe ich mir eventuell noch eine toyota zu holen geplant ist takaroka von wankower momentan wenn ich die auktion nicht gewinnen würde dann muss ich mir so ein bisschen umschwenken ich will schon noch einen toyota für bestimmte midweeks das ich spielen kann aber wenn es nicht klappt mal gucken dass sie in johnson ist noch ein kandidat den ich im visier von toronto und danach wer eigentlich das größte abgeschlossenen danach geht es eigentlich dran zu scouten nach der einen oder anderen super karte das ist schon der plan dazwischen ist noch ein bisschen nba da habe ich noch ein bisschen karten gucken aber das momentan so wenige auktionen mal gucken ob ich da vielleicht sogar den zug schon fast wieder verpasst habe ja auch geht auch bald los entweder haben wir doch 50 tage ja 44 tage nur noch da wird auf jeden fall auch bald videos geben insgesamt hatten wir 88 kommentare hier noch der große dank an alle die fleißig kommentiert haben die immer meine videos gucken vielen vielen lieben dank macht mir eine riesenfreude zu sehen dass es vielen vielen weiterhilft dass viele eine freude haben meine videos zu gucken hätte ich so gar nicht gedacht als ich mit dem kanal anfing deswegen macht es mir riesen spaß und ich denke mir immer neue sachen aus wird er demnächst immer neueres geben also mehr so rare talks kurzvideos jetzt alles auch viel mit arbeit verbunden gerade so ein kurzvideo mit raffinia und ayasi weder geht nur eine minute aber die ganze herstellung des videos mit planung text schreiben und und dauert länger als eine stunde oft aber schwafeln wir nicht lange herum ziehen wir gleich mal den gewinner und der sieger ist kino gasker jawohl dann gratuliere ich dir recht herzlich so ja nick name hast du auch eingeschrieben tiger sind 87 sobald das video online geht schicke ich dir die kartatur und gratuliere dir schon mal recht herzlich somit war es das für dieses video ich bedanke mich recht herzlich allen die bis jetzt dran geblieben sind gerne in die kommentare reinschreiben was euch so auf herzen liegt was ihr so gut die eine oder andere karte denkt danke fürs zusehen wenn ihr das video gefallen hat natürlich gerne ein like da lassen und dann bis zum nächsten mal